So, und hier kommt auch schon die nächste Folge. Ja, ihr seht sie aber erst am nächsten Tag, aber ich drehe sie am gleichen Tag. So, verstanden? Wenn ja, dann gut, wenn nicht, dann nicht, haha. Hm, fuck. Juch. So. Und rauf, rauf, rauf. Rauf, 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 rauf. Runter, runter, runter. Nein, hier ist auch nichts. Runter, runter. Runter! Ach, hör! Oh, fuck! Abba! Hehe, muss ich erst mal den Schalter drücken, wusste ich ja... Nein, nicht schon wieder, nicht schon wieder, einfach weg, weg hier, weg. Oh, ich hasse, ich hasse diese Steinplatten, also diese Bodenplatten so sehr, obwohl ich jetzt weiss, dass man sie besiegen kann. Ich hasse sie trotzdem, mehr als Gold. Naja, Gold hasse ich nicht. Und war die andere Tür hier? Ich hoffe mal. Also die grosse Tür. Ich glaube schon. Nein, hier war nur der kleine Schlüssel, stimmt. Stimmt, 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 habe ich es vergessen. Ganz, ganz leicht vergessen. Oh. Und? Was? Ich merke gerade, dass ich auch nach links oben schiessen kann und rechts oben und links unten. Ja, ich bin ein Blitzmerker, ich weiss. Komm, Herz. Herz. Ein Herz, Verfocka. Kein Herz für den armen, Focka. Jo, es fällt runter. Nein, sie fallen nicht runter. Jetzt aber. Aha. Aha. Huh. 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 Komm schon her. Komm her. Ach, komm. So, ist gut. So. Ist gut. Ist fein. Ja, fein machst du das. Ja, fein. Nein. Zurück. Und wieder hin. So. Gut, 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 gut. Viertens Stock schon. Haha. Nein, verfehlt. Okay. Noch eine Chance. Bei uns getroffen. Sehr gut. Aber ich bekomme nichts. Überhaupt nichts. Und, ja, ein paar Kristalle. Gut, gut, gut. Besser als nichts. Sind hier Gegner. Ja. Worm. Worm. Ah, stirb Worm. Und diese feuerspeienden Dinosaurier. Und hier ist, du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das versteckte Kerkmeiß finden. Hä, hatte ich nicht schon einen Kompass? Äh. Ich blicke nicht durch. Äh. Kann mir jemand sagen, also ihr kennt euch ja gut mit, ähm, Zelda aus viel besser als ich. Kann mir mal sagen, was ich mit, den Kompass machen kann, bitte. Volker, ich bin es. Der Dorf hat es ein guter Rat von mir. Ein wertvolles Edelstein-Modperl genannt. Befindet sich in diesem Turm. Äh, mit dem Mondperl kannst du durch den Schattenwettel gestalten. Das wussten wir ja doch schon. Alter Mann, das war jetzt unnötig. Äh. Ja. Es war unnötig. Und wir gehen hier rauf. Ja, das tun wir. Denn wir wollen es so. So wollen wir das. Und hier ist ein für mich undefinierbares Gerät, welches mich nach hinten schleudert irgendwie und ich dadurch runterfalle und das ist nicht gut. Okay, 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 okay. Okay, weg mit dir. Sehr gut. Weg mit dir. Nein, nein. Komm, komm, komm. Sehr gut. Bounce. Ja, Herz, 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 ganz viel Herz. Für den guten Focker hat es hier noch etwas aus dem Herzen. Ah, ich sehe, ein Riss in der Wand. Aber wahrscheinlich habe ich schon wieder unzählige verpasst, aber diesen da sehe ich. Na gut, so geht es nicht mit der Bombe. Und ich habe mich auch, ich habe mich auch hin, was? Ich habe mich auch auf einige Risse hingewiesen. Aber das geht gar nicht, fick dich. Aber was ich sagen wollte, ich habe mich auch auf einige Risse hingewiesen. Tut mir leid, dass ich nicht alle erkundigen kann, will, was auch immer. Hier kommt der Bosskampf und ich bin schon mal gespannt, was der Boss so drauf hat. Ein riesiger Wurm. Gut, was kann ich machen? Ah, erst mal nichts. Oder hat es hier was? Nein, hier hat es nichts. Nur so ein paar Türen. Aber besiegen wir doch erst mal den Boss, oder? War das eine gute Idee? Ja, das war auch eine gute Idee. Okay, aber wie besiegen wir ihn? Moment, mit Pfeilen. Mit Pfeilen kann man doch hier irgendwas türen. Was? Nein, nicht runterfallen. Okay. Pfeile gehen nicht. Bomben will ich nicht. Ähm. Ja, ich behalte einfach den Boomerang. Ich glaube, damit falle ich runter. Böser Boss. Hat es hier nochmal Herzen? Nein. Nein! Ich hätte nicht alle Herzen aufsammeln sollen. Fuck. Fuck, 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 fuck. Das, das, das wird ein Problem von mir. Gut. Gut, gut. Moment, so. Nein. Aber ich frage mich, wenn ich ihn einmal treffe, bleibt dann die Dings, bleibt der Schaden dann bestehen, auch wenn ich hinunterfalle? Sollte doch so sein, oder? Immerhin respawnen die, ähm, die Herzen ja auch nicht. Also dürfte er sein Leben, sozusagen, auch nicht respawnen. Gut, ich bleibe auch hier. Und wenn er kommt dann, zack, mache ich das. Aber es klappt nicht. Wo muss ich hin? Ah, ich muss ihn am Hinterteil treffen. Sag mir, Moment, kann ich ihn am Hinterteil mit dem Boomerang treffen? Das würde mich wundern. Okay, jetzt habe ich es so langsam raus. Ja. Gut, gut, gut. Gut, gut, gut. Wir haben... Nein! Nein, nein. Ja. Sehr gut. Bitte, ich darf nicht sterben. Nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Aber schneller merke ich gerade. Nein! Nein, 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 das geht nicht. Moment. So, es bringt das gar nichts, oder? Nein, überhaupt nichts. Fuck, 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 fuck. Ich darf nicht sterben. Ich darf es einfach nicht. Aber ich glaube, er hat den Schaden beibehalten. Nein, nein, warte. Oh, ich habe so Angst. Okay, runter. Runter. Runter, runter. Runter, runter, runter. Nein! 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 Lass mich in Ruhe! Nein! Geh weg! Nein, komm! Moment, mit den Pfeilen könnte ich doch seinen Schwanz treffen, oder? Nein, so auf jeden Fall nicht. Oder... Ah, fuck! Fuck, fuck, komm! Treff! Nein! Treff! Nein, das hätte ein Treffer sein müssen! Okay, mit den Pfeilen geht es wohl nicht. Oder... oder... Ah, er greift mich an! Ich hasse ihn! Ah! Hinterlüstiges Vieh! Lass aufpassen! Oh, fuck! So! Nein! Nein! Oh, fuck! Nein! 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 Hat es hier irgendwo Herzen? Hat es hier irgendwo Herzen? Ich stelle mich so blöd an! Ah, ich will Herzen! Bitte sag mir, dass es hier irgendwo Herzen hat! Bitte! Nein! Sieht nicht so aus! Ah! 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 Herz! Wie froh bin ich über dieses eine Herz! Auch wenn es nur eins ist! Das mach ich so wirklich! Das mach ich so wirklich! Aber ich will noch eins! Nein! Bekomm ich nicht! Nein! Gut! Äh! Was bringt das jetzt? Äh! Ja! Ja! Wie auch immer! Boah! Moment! Ich will noch hier rauf schaffen! Ähm! Ja! Ich sag schon mal! Für diesen Part mach ich Schluss! Und wir sehen uns dann im nächsten Part! Wenn ich hoffentlich diesen ähm... ...Gegner dort besiegen kann! Bis dann!